So, jetzt liege ich einfach so im Bett. Hat mich doch jemand nach Hause gebracht. Ich muss mal gucken, wie es da so aussieht. Wetter interessiert mich nicht, es regnet draußen. Die Geiste sind heute etwas angenervt, na gut. So, es regnet, dafür brauche ich nicht zu gießen, das ist sehr gut. Was, 487? Ich musste ich dafür bezahlen. Okay, also keine gute Idee im Bad zu bleiben. Egal wo man ist, man sollte nicht einschlafen. Hier kann ich ein Dings hier mitnehmen. Ne, und die, aha, die sind, die sind jetzt dick genug, die kann ich mitnehmen. So, aber hier kann ich leider noch nichts mitnehmen. Jetzt könnte ich die Vogelscheuche versetzen, aber ja, nö, mache ich jetzt nichts. Ach, 10% nicht ein. Achso, von dem Geld, das man so hat, muss man dann 10% abdrehen. Ähm, ja, kommt ungefähr hin, ne? Egal, so, jetzt habe ich Melone, aber keine Tomate mehr. Die haben wir ja schon verkauft. Ja, egal. Ähm, ach, und ich habe nicht volle Energie. Das macht nichts. Jetzt gehen wir mal zum Gemeindehaus und geben wenigstens die Melone da ab. Achso, Moment, ich habe ja noch Sachen im Inventar, die in die Handwerkskiste kommen. Handwerks- oder Materialkiste. Ähm, da. So, und zwar die Steine. Äh, ist das die richtige? Ja, doch. Das auch. Kohle und das da. Oh, Moment, ich könnte, wie viel haben wir? Fünf haben wir davon. Ja, komm, dann kann man das wieder in die... Und da habe ich noch was zum Anpflanzen. Der eine Strauch hat noch Tomaten. Der hat noch... Ach, da, genau, richtig. Der hat Tomaten, richtig. Die brauchen wir ja. Ah, wunderbar, das passt ja hervorragend. Ähm, nee, da nicht. Ähm, da. Sehr gut, dann können wir die Tomaten da auch hinbringen. Ach, hervorragend. Das wieder zurück. Ach ja, und das... Das kann auch da rein. Und dann war doch noch hier, das da. Das packen wir einfach mal... Hm, nein. Ach so, jetzt ist es doch da. Naja, egal. Und die Dinge hier, die wollen ja irgendwie überhaupt nicht wachsen. Naja. Ach, jetzt ist der Kupferbarren fertig. Ja, den können wir auch ein andermal abholen. Moment mal, ich wollte doch... ...da oben zum Dingsbums gehen. Nee, wo wollte ich jetzt hin? Zum Gemeindehaus. Ah, ich komme ganz dreieinander. Und an den Strand auch nochmal. Um Sachen zu suchen. Aber jetzt gehen wir erst zum Gemeindehaus. Nicht, dass ich das wieder vergesse. Ja, schade, dass ich das da letzt... Ah, Moment, heute hat doch Axel oder Alex Geburtstag, oder? Ich meine, das ist heute. Egal, wir gehen jetzt zum Dingsbumshaus. Äh, wo ist denn das hier? Das Gewitter hört sich aber gar nicht gut an. So, ich glaube, das ist da unten jetzt hier. Okay. Ähm, Winter... Moment, das haben wir doch schon. Das da... Ähm, nee. Nee, Construction Wandel, das ist auch nicht. Dann ist es da oben. Nicht Bienen im Regentag. Äh, achso, Mine, ja. Ach, ich kann ja nicht alles auf einmal machen. Moment, äh, mal sehen. Jetzt muss ich mir erst um das hier kümmern. Das da. Hier, guck mal, das da geht. Und... Das da geht. Das war die falsche, aber hier. Falsche Stelle, aber das macht nichts. Blaubeeren. Blaubeeren haben wir ja auch schon. Ah, Moment, da wollte ich gar nicht hin. Ist noch ziemlich früh, da könnten wir tatsächlich in die Mine gehen. Ja, komm, wir lassen das einfach mal. Wir gehen in die Mine. Das müsste ja da oben irgendwo sein. So futtern habe ich was mit. Ja, okay, das ist kein Problem. Ähm, wo geht es denn da jetzt hin zur Mine? Da, okay, in diese Richtung. Ach so, Alex Geburtstag. Ah, ja, du hast recht, das ist so viel zu tun. Äh, Alex Geburtstag. Ja, komm, sausen wir noch einmal da zu Alex hin. Wo wohnt er denn? Das war doch... Ach, nee, Moment, das war hier. Nee, auch nicht. Da. Beim, beim alten George. Okay, und wenn wir ihn da nicht treffen, dann hat er eben Pech gehabt. Äh, andersrum. Nein. So, bin ich da noch einigermaßen richtig hier? Ach doch, ja genau, hier ist es ja schon. So, Alex, da bist du ja, oder? Du bist doch Alex. Nein, ich will das nicht essen, ich will das dem Alex schenken. Ah, ja, okay, ja, hier, das ist der Alex. So, und er freut sich, dass, äh, äh, wir ihm was geschenkt haben. Sehr schön. War zwar jetzt wohl nicht so das beste Geschenk, aber egal. Schön, also wieder zurück und jetzt ab in die Mine. Moment mal, ich brauch doch Kupfer. Ja, stimmt, ich brauch Kupferbarren für, für die Axt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele. Zwei, fünf, ich glaub fünf. Also könnten wir uns das sowieso noch nicht leisten. Dann kommt's ja auch ganz gelegen, dass, äh, Abigail, äh, dass wir die nicht gefunden haben. Moment, da, da muss jetzt wieder da runter gehen. Und wenn's heute regnet, könnte es morgen auch noch regnen. Das wäre ja praktisch. So. Ja, hier hin. So, dann arbeiten wir uns doch mal eine Ebene weiter nach unten. Ne, nicht eine, sondern gleich fünf. Ach so, da muss ich ja jetzt wieder, ah, Moment, okay, ich muss, ähm, nochmal was essen. Brauch wieder Energie. Ja, ich muss, den Rechtsgruppen wäre kürzer gewesen. Ja, ach, ja, ich weiß nicht. Ich bin hier mit der Ortschaft ja doch nicht so ganz vertraut. Ich weiß auch nicht, wieso, aber, naja. Geht mir sonst eigentlich nicht so, aber hier im Spiel irgendwie schon. Nein, hier war das leider nicht. Dafür haben wir Steine. Nö, da auch nicht. Auch kein Eingang. Auch kein Eingang. Auch kein Eingang. Äh, ich glaube, ich hab so das Gefühl, dass man manchmal einfach gegen die Monster da kämpfen muss. Und dann tut sich da einen Eingang auf, wo man sie erledigt. So. Hm, nö. Gerade dicht. Hm, na komm, du auch noch. Äh, Eingang kommen auch durch Monster, nicht nur Steine. Ja, genau, auch durch Monster. Also bei den beiden jetzt gerade nicht. Ah, da ist er ja. Los. Runter da. Jetzt sind wir auf Ebene 6. Ja, wir müssen bis zu 10. Ah, da. Da gibt's was Interessantes. Oh, das kann ich einfach so mitnehmen. Ja, und hier ist ein... eine... ein Fass. So. Und da ist Holz drin. Auch gut. Ach, da ist ja schon der Eingang hier. Ah, sehr schön. Ähm... Ja, okay. Okay. Was haben wir jetzt hier? Das ist Kupfer. Ah, das ist sehr gut. Kupfer brauche ich. Und was haben wir da drin? Holz. Okay. Und da ist nur noch Stein. Oh, wir haben eine... eine... Höhlenrübe gefunden. Ja, auch gut. Die kann ich übrigens gleich mal essen. Ähm... Essen. Ja, dann esse ich eben erst was anderes hier. Zum Beispiel dies hier. Leave the mind, do nothing. Nein, ich will äh... Essen. Ja. Und das auch gleich. Okay, ist nicht viel, aber... Immerhin etwas. Ähm... Ja. Weitermachen. Wir haben ja noch Zeit. Also, ich muss noch nicht hetzen. Das mit Essen geht auch noch. Die Dinger kannten wir ja auch schon. Oder habe ich gleich zwei jetzt? Ähm... Ich packe mir die mal da rein. So. Kann man das auch essen? Ja, bestimmt aber... Mh... Melone. Kann da hin. Ja, da ist das mal... Egal. Ähm... So. Hier weiter. Die Rümchen kannst du auch mitnehmen, wenn du... Die Fackeln, die rumstehen... Äh... Okay, wo stehen denn hier Fackeln rum? Ich sehe gerade keine. Ach, da. Moment. Mal sehen. Ich habe eine Fackel und noch eine. Sehr gut. Sehr gut. Ich glaube, das mit den Fackeln ist nicht so wichtig. Ich weiß ja, wie ich mir welche bauen kann. Und das ist ja recht einfach. Ich habe auch genug Rohstoff dafür. Dann können sie ruhig da stehen bleiben. Dann ist es da heller. Aber gut zu wissen, dass man das machen kann. Äh... Moment. So. Journal updated. Ähm... End of the Adventures Guild. Aha. Ich habe zehn von den Dingen. Ja, okay. Dann machen wir das. Äh... Moment. Aber natürlich nicht jetzt. Vollständig. Jetzt haben wir das... Äh... Zum Beispiel Dunkelwert. Ach so, dass man die da unten wieder hinsetzen kann. Ah, okay. Wenn man keine mit hat. Das ist natürlich auch eine gute Idee. Okay. Erstmal müssen wir... Müssten wir da hinkommen. Noch habe ich ja den... Ah, Moment. Da liegt was. So, jetzt. Noch habe ich den Eingang ja nicht gefunden. Na, komm. Hallo. Oh, ich muss wieder was essen. So. Jo. 30 Energie. Ja, okay. Und dann essen wir nochmal... Ach nee. Wir essen nochmal... Äh... Dies hier. So, dann haben wir nämlich wieder einen leeren Platz im Inventar. Und jetzt... Und jetzt... Oh, 113. Das haut echt rein hier. Ja, komm. Dann nochmal dies hier. Jawohl. Ja, das ist doch gut. Aha. Da ist es ja schon. Ja, runter da. So, jetzt haben wir hier... Level 8. Wir kommen da irgendwie recht langsam nur voran, habe ich das Gefühl. Da ist Kupfer. Ach, da ist ja schon der Eingang. Ja, gleich runter da. Oh, sehr gut. So, wir sind auf Ebene 9. Na, komm, die kriegen wir jetzt noch hin. Äh, Moment, da. So, das Schwert habe ich ja gerade. Sehr gut. Das ist eine etwas größere Helle hier. Da oben war ein Fass. Äh, im letzten... Ja, das letzte Level, da bin ich ja schnell durch, weil ich... Weil ich da ja immer wieder rein... Oh, guck mal, hier, da. Weil ich da immer wieder rein kann. So, jetzt will ich mir erst nämlich das hier sichern, dass das mit dem Aufzug da klappt. Und jetzt kann ich wieder zurückgehen. Aber erstmal mache ich die Kiste auf. Lederstiefel habe ich... Oh. Okay. Und die kann ich jetzt anziehen. Ja, da unten ist ja sowas, genau. Lederstiefel plus 1 Verteidigung plus 1 Immunität. Ja, jetzt habe ich Lederstiefel an. Okay, schön. Ähm, wir haben noch ein bisschen... Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ähm. Moment, ich will gerne nach oben. Ach, das kann ich jetzt gar nicht. Oder wie? Oder was? Oder wie? Oder was? Ich will jetzt zur Ebene 5. Jetzt bin ich wieder da. Egal, laufe da noch ein bisschen rüber. Auf jeden Fall haben wir jetzt diese Ebene 10 da gesichert. Und jetzt kann ich hier auch noch abbauen. Moment mal, wo ist denn jetzt der Eingang hier? Ach, das geht gar nicht. Jetzt kapiere ich das erst. Jetzt muss ich mir da wieder den Eingang suchen. Da muss man sich ja für jede Ebene richtig Zeit lassen. Oder man muss die immer in Fünfer-Schritten machen. Ja, das ist nicht so schön, aber okay. Dann bauen wir eben noch ein bisschen Stein ab. Vielleicht... Moment, haben wir Geoden gefunden? Nö. Zur Abenteuerer-Gilde können wir ja sowieso noch nicht. Also heute nicht mehr, weil es schon zu spät ist. Da könnten wir ja gleich morgen was machen. Äh, hast du was verpasst, Cheetah? Ähm, hast du was verpasst? Ähm, ja... Also irgendwie ist da schon was geschehen, aber... Ich weiß gar nicht mehr alles was. Ich bin gerade vorher auf Ebene 10 in der Mine angekommen. So, nö, da kriege ich nichts. Ähm, ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir können noch ein bisschen in der Höhle bleiben. Äh, in der Mine. Das noch mitnehmen. Okay. Nö, ja, machen wir hier noch ein bisschen weiter. Ich sammle da jede Menge Steine ein. Ja, mach nix. Ich will ja auch noch mal irgendwann was bauen. Da kann ich die Steine brauchen. Nö, das hier. Wo ist denn da jetzt der Abgang hier in die andere... In die nächste Ebene? Oh, ich werd schon müde. Naja, gut, dann müssen wir mal nach Hause gehen. Und uns hinlegen. Auf Ebene 0. Ach, es regnet ja. Und wenn es... Oh, ich hab kaum noch Energie. Ja, das ist auch gut. Habe ich jetzt gar nicht darauf aufgepasst. Moment mal, da kann ich jetzt so jetzt irgendwie oben herum gehen. Wenn es morgen immer noch regnet, gehen wir gleich nochmal in die Mine. Ähm, ich bin mal zuversichtlich. Ich glaube, es wird nochmal regnen. Gut, im Feld scheint auch alles in Ordnung zu sein. Habe ich da jetzt irgendwas... Oh ja, da ist noch ein Geode. Schleife... Ah, in die Gilde müssen wir. Ja, genau richtig. Ähm... Ja, komm, gehen wir mal ins... Nö, komm, wir... Wir haben... Nee, ins Bett. Ab ins Bett. Ich bin ins Bett gehen. So. Ja. Level 5 Farming. Okay. Rancher, Tiller. Animal products worth 10% more. Äh... Ich hab so das Gefühl... Ach, da steht es. Choose a profession. Ähm... Ja, ich glaube, mit Tieren hab ich jetzt noch nix am Hut. Und also dies hier. So, Level 2. Ah, Pick 6. Besser geworden. New Crafts and Recipe. Staircase. Auch gut. Und Level 1 Combat. Plus 5 HP. New Crafts and Recipe. Sturdy Ring. Okay. Okay.